Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo und zwar ich habe es ja in den letzten Video glaube ich angekündigt, dass wir jetzt unseren Namen ändern, da Clash of Gaming der Name etwas, ja wie soll man es am besten ausdrücken, ähm Hipster, Minecraft, YOLO, Swag, Kittyhaft rüberkommt und da haben wir uns entschieden uns Player Gannon zu nennen, äh zu nennen, ja wieso sage ich uns, vielleicht wisst ihr es noch nicht, aber wir sind zu dritt auf dem Kanal und die anderen haben sie jetzt vorgenommen mehr rauszubringen und ja ich wollte euch nochmal danken für 80 Abonnenten, ich hätte wirklich nie gedacht, dass wir wirklich mal so viel schaffen und vielen Dank, ja das ist nur ein kleines Infovideo, das wir uns jetzt Player Gannon nennen und übrigens das G wird dann wieder groß geschrieben, ja also wie gesagt das ist nur ein kleines Infovideo, ja meine Stimme hört sich jetzt ein bisschen höher an, da ich jetzt nicht das, ähm Headset benutze, ich benutze jetzt mein, äh meine Webcam, bah ich hab meinen PC angesprochen, egal, ich benutze meine Webcam Mikro, meine Webcam Mikro, gut Deutsch, ähm da ich in den nächsten Tagen ein professionelles Mikro bekommen werde und das ist wirklich tausendmal besser und das rauscht auch nicht und damit hört sich die Stimme wirklich glasklar an und ich freue mich eher maßen darauf, ja und ich würde euch jetzt nur mal Bescheid sagen, dass wir jetzt Player Gannon heißen und dass ihr euch nicht wundern sollt, haut raus Homies, das nächste Video wird wahrscheinlich morgen kommen, das wird wahrscheinlich ein Clash of Clans Videos und Super Mario 3D World wird auch demnächst wieder kommen, wahrscheinlich nach Clash of Clans, ja haut raus, ciao